So, willkommen im Stream für League of Legends. Heyo! Ich glaube, ich sehe da aber gerade noch einen kleinen Fehl... Nee, das sollt gehen. Passt. 2 Millisekunden hoch. Zack. Und jetzt passt. Wenn du die Media spiele willst, dann schreib relativ zeitig mit. Aber wir machen 5er, ok. Ja. Warum macht ihr nicht Picken für den Anfang, dass wir direkt unsere Lane und alles auswählen können? Also, Teambuilder der W. Ja, das dauert ewig. Das dauert ewig. Naja, bei mir ging es bis jetzt relativ schnell, aber gut. Ja, aber du bist ja ein anderes Lerbe, weißt du? Das ist auch wieder wahr. Nee, ich könnt auch weiter bleiben. Dann schreibst du rein. Der Hake, der will schon mal drauf. So, alles wunderbar. Alles wunderbar. So, was willst du tun? Super. Support-Seite ist drin. Welche Karrison hat für ihr zu spielen? MF, ne. Ähm... Ich mach sofort. Äh, soll ich denn Magier machen? Ja. Ja. Good damage. Moment. Max macht jetzt Support, das heißt, ich geh in die Mitte. Das ist richtig. Ja. Gut. Was sag ich denn du gedenkt? Keine Ahnung, ich hatte irgendwie grad was verwechselt. Ich kann so totale Aussetzer gehört. Ja. Äh... Flo, sag mal Jinx... ...Rashen mal. Weiß mal so gut aus. Jinx stands for Jinx. Mach doch n' Ignite an oder so. Oder n' Neal. Oder n' Neal. Oder n' Neal. Ja, mach hier. Aber kein Exhaust. Richtig, kein Exhaust. Und keine Support-Items bauen. Full Damage. Richtig, keine Support-Items. Ja, ja, chill mal. Ich hab's jetzt schon um... überlegt. Warte auf Flo und die anderen. Das kniddelt's. Hä? Nee? Jo. Stand oben. Nee? Von was redest du? Mit wem redest du? Mein Gott, ich bin verwirrt. Mit dir? Wenn dich das verwirrt? Merkwürdig. Du bist merkwürdig. Hm, eigentlich nicht. Hm, da sehe andere Leute an einem Stück. Zum Beispiel der Hansi Blue, ey. Ah, der Hansi Blue? Ach nee, Alter. Flo, bitte nicht. Bitte nicht. Lass es. Nicht schon wieder. Der Hansi. Der Hansi Sunshine. Erinnere dich noch, Flo? Der Hansi Sunshine. Ja. Und uns irgendwie, was weiß ich, eine Stunde drüber bepissern. Also, wir haben ein komisches Setup. Wir? Oder die? Die. Die? Äh, warte? Wo ist sie doch gut aus? Bist du... Wer ist der ABC von dem? Ah, Kennen. Nee, warte. Hä? Warum hat der Teleport drin? Kennen spielst du auch nichts sagen. Ja, würd ich ja auch sagen. Aber Kennen ist eigentlich was... Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ja, das wird so gut ankommen, auf... Ja, mit 13 oder 3 Bro. Besser. Spiel. Oh, oh, oh. Der hat immer an Italy oder Akali halt ohne. Der in Italy. Da haben wir die paar Sperre mit. Immer noch ist es canon. Was kann Trash? Haken. Der kann dich ranziehen. Ran hinziehen, okay. Der kann dich schnappen, kann dich auf dich drauf stürzen, kann dich durch die Gegend prübeln. Und kann dich retten. Alles klar, Cop. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ähm... Hab ich jetzt da der Zuschauer vertritt? Äh... Jein. Das heißt ja, Jein. 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 Nee, hast nicht. Er hat nur grad geluscht auf League of Legends. Hab ja eben noch ne Runde StarCraft gedaddelt. Ich werde für mich klauen dem Typ die, 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 die Polen. Wie wär's? Schau. Um, um voll die toxische Stimmung zu machen. Ja. Heute hab ich auf kein Trollgame gehört. Wo ich getrollt hab. Ja. Das vorhin mit der zwei Etole war ja super. Super Trollig. Ja. Lieber Mann. Aber in Nemesis Spielmodus ist echt cool, also... Ken ist übrigens oben. Ja, du bist oben. Und tipp ich auf Nidalee. Ja, ich auch. Ah, okay. Komm, damit es spannend ist. Ich hab probiert vielleicht noch raus, ob AD Nidalee noch funktioniert. Zwei Jahre Zeit lang war das hier immer so Sachen, ne? Hat jeder gemeint, ach, AD Nidalee. Ab geht's. Was? Oh mein, ich hab bisher eigentlich noch nen net Jungle Nidalee noch einmal ausprobiert. Ist ziemlich geil eigentlich. Irgendwie Missing. Die lauert dir auch die Methode. Max, pass auf. Ach, verdammt. Da ist die Nidalee. Hallo. Nidalee. 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 War das mal out of it? Oh Gott. Möj, die ist verkackt. Oh, ich kriege hier last jetzt heute. Ja das ist mit Anivia ganz mit der Ebbe. Get doch. Max macht ja nix draus, ich geh ja hier last jetzt. Dieser Spaggote in meiner Lane klaut mir halt. Tja. Ist voll ein Wichser. Report den. Du bringst ihn ab 10 in der Lane. Niesel, Bro. Niesel. Ich bin in meine Hande gesprungen. Ja, die waren halt aktiv. Oh, der Flo, jetzt so sweaty hier. Oh, erst mit den Last Hits heute ist echt nicht drinnen bei mir. Nivea Last Hits ist am Anfang eh scheiße. Aber machbar. Ah, so sehr scheiße. Ich hab keinen Wana, das solltet ihr bewusst sein. Der kann mich nicht hören. Ich weiß, aber es sollte ihm bewusst sein. Deswegen sag ich's ja. Ja, geht doch. Nee, kein Schwer. Achtung. So, was ist denn so los? Seh ich's doppelt? Zehn Schawans. Ja, der kommt bestimmt gleich nochmal so dreißig. Und da läuft gleich irgend so Clowns Musik an. Ich glaub, der weiß nicht so ganz, was ich da kann. Ernsthaft? Ist der gerade durch, Flo? Ich geh weg. Och Gott, ich dachte gerade, das ist der andere Jordan. Ich geh mal kurz zurück. Glaub ich. Glaub ich.. Gерь ich. Hä, ich erlaut dich. Spotшей, versuch. Äh, Max hast du schon mal, gegen Akali gespielt? Nö. Wenn sie über Level 6 ist, was sie ist, dann versuch dich nett mit Low Mana zu nähren. Fack dich ab. Hast du Angst um mich? Ich kann kein Bock gefiel dir, die AK lieben Gegner-Team zu haben. Das wäre eine Herausforderung. Das wäre eine Herausforderung, das wäre super, glaube ich. Ich hab grad Mega-Lacks, weiß nicht warum, sorry. Das sind internationale Lack-Daisen. Oder du hast da ein Lack-Lack-Daisen, wenn ich das bin. Achtung. Kommt meiner weg? Ja, er hat's noch geschafft. Wunderbar. Schrauben kommen. Sehr gut. Unsere, was hat er doch? Was soll ich denn da sagen? Ne, ich kann nix sagen. Ja, Drache wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, helfen wir mit dem. Ist ja unser Jungle oder denneher Jungle. Das ist so lang. Hm. That's what she said. Hohoho. Ja, aber als, 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 als. Die Zier rennt halt immer gleich weg. Alter, Flo, komm schon oder nicht? Ich kann doch jetzt nicht weg. Okay. Dann lass ich die mal alleine machen. Wer schaden das, oder? So, Alter. Gut. Wenn der Schaden am Abkacke ist, denkt dran, die, die Frostwand vorher die Dragonpit zu setzen. Dass er nimmer rauskommt. Wenn sie Gegnerisch schaden müssen. Drache ist schon gesaved. Nice. Mh. So mag ich mein Spiel. Nice und sicher. Na, verdammt. Kann die, äh, fremde Charaktere porten, oder sowas? Was? Wird er vertrat? Ja, genau das. Alter, ich hab keine Ahnung, was du mich grad gefragt hast. Ob die, äh, Carly da, ähm, porten kann. Mh. Also uns. Ja, ne, weil bei mir sind sie irgendwie beide gesprungen grad und hat verrückt ausgesehen. Alter. Was ist in deinem Kopf grad los? Warum? Du kannst dich nicht artikulieren. Natürlich. Da und da sind beide dahin gesprungen. Das, das war... Sah verrückt aus. Sah aus, als hätten sie sich, äh, zusammen teleportiert. So. Mh. Was waren denn ihr für Probleme? Was um dir abgeht, Junge. Was dann? Hast du heute streamt, hast du also gedacht, komm ich zieh mal einer durch, oder wie? Äh, nein? Was für ein Problem hast du denn du jetzt? Bloß sind bei dir die, die Sperrpartikel 8 verpackt. Was? Äh, die Animation vom Sperr ist irgendwie bei mir verpackt. Das sind nur so roter Streifen. Jajajajaja. Das ist ein bisschen gemein. Das ist schwer zu sehen. Unsere hat so weit gepusht. Wird oben grad zerlegt. Wie im Bilderbuch, Florian. Wie im Bilderbuch. Schon ein bisschen. Rath Jinks ist ein sehr starker Kongo. Der Jink ist halt. Oh Gott. Ich könnte mir jetzt mal Infinity-Dings verspalten. Ja, super. Ach, der ist noch drin, oder? Ja, mit dem Pyrrhic sollst ihr aber... Ach, gleich. Noch dabei, Oro. Ach, jetzt hab ich gerettet wie dem Marx. Jetzt schäme ich mich. Was habt ihr für ein Problem, Mann? Die Frage ist ja, was hast du denn für ein Problem, Mann? Geil, ihr habt die irgendwie als mit mir. Kannst du mir gleich der Instant-Internetrick brauchen. Wo ist mit der? Ey, die ist wütend. Ja, zu Recht. Die ist voll Akku. Das hat mir einen falschen Fuß aufgeschrieben. Ich kann es ja nicht sagen. Also. Um, was. Ich bin so wieder her. Oh, ich bin so wieder da. Aber alles ist ein immer. Das war. Ich bin so wieder da. Aber ich bin so wieder. Ich bin so wieder da. Ich werde wieder da. Die Krieg mir sind aber auch einfach mehr Ruhe. Wieso chastet man mit 5 HP einen Gegner? Weil man es kann. Und der hat gechastet? Unserer. Ah, was jetzt ich wie der Typ heißt. Mann. Arthrox. Wo Gott starb ist. Ja, der, der, der chastet gerne momentan. Unserer? Ja. Ne, Arthrox, der kann ich halt viel heile, deswegen. So, Turm ist unser. Manchmal halte ich so Arthrox für ziemlich geiler Bock. Und denkt sich, ah, mein Bloodwell ist ab. Ab geht's. Wir kommen mal zu euch da runter. Ah, wobei ich bin zu langsam wahrscheinlich. Ja, die kommt, äh. Das hättest du mal sagen können. Ja, das wär ganz cool gewesen. Ja, die war die ganze Zeit nicht auf meiner Lane. Von daher, ich hab. Nicht gewusst, wo die ist. Was macht der? Der wär safe rausgekommen. Oh, nice. 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 Auf einmal war da ne Wand. Lololololololol. Mit Javan hat's wahrscheinlich A-Kaffee, der größte Troll aller Zeiten. Ich baue wohl voll gegen Magieräse, seh ich. Äh, gegen Magieräse. Wichtig. Glocke. Kann ich wieder weg? Ja, ich hab dich gar nicht bestellt eigentlich. Geht er um die Brüsch und erschreckst dich gleich. Uh. Ich meinte, schenkt das auch, oder? Erschreckt durch seine schreckliche Spielweise. Erschreckt durch seine schreckliche Spielweise. Ah, holen wir uns vor. Uh, nice stunner. Washiwashi is out of. Uh, nice wallow. Okay. Geworden? Ne, ist geworden. Ich geh worden. Such mal was zum Warden, dann ward ich's. Okay. Ich hab was gewordet, komm wieder. Denn ich bin der Chain Warden. Ich verschwind mal zurück. Ja. Ihr packt das ja ganz gut. Äh, Max holt dir dringend Schuhe. Jaja, es sind jetzt auch, äh... Ja, hab ich's doch schon. Gehabt vorhin. Bin ja mit ihm holen. Ja, ist schon lang passiert. Schon lang passiert. Jetzt erst gelesen. Weg, 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 weg. Ja, aufpassen. Ich hätte ja auch kein Ding nennen können. Das ist richtig. Oh Gott, sehen wir doppelte Schmiragerarten hier. Achtung. Die kommt voll ab. Kali kommt. Drache wär net schlecht. Aber ich denk die ist da. Jep. Komma. Äh, tschüss. Nein. Drache? Nein. Das sind doch zwei, äh... Erstens das, und zweitens der Jungler-Geruch. Und weiter. Jungler hat's meilt. Wenn der andere Jungler kommt, den zuerst meilt, dann haben wir Probleme. Dann geht es doch auch. Ich glaub, wer's weiß. Dieser A-Drug ist aber auch stinksauer. Ja, Flo, lass mal jetzt Dragon ansetzen. Der Anna pusht die oberen dahin komplett durch. Wieso verrückt der? Weil der geil ist. Weil der geil ist, Mann. Ja. Kann man jetzt irgendwie mal anfangen, oder so? Ich verscheu euch mal den Rest dahin. Ey, Pissbacke, hau ab! Achtung. Worauf? Ja, halt, das ist der Kali. Mist, fast. Flo, wo kommst du her? Irgendwo aus dem Norden kam er. Da hab ich wohl so'n kleiner Spaziergang gemacht. Da ist Kali übrigens. Da ist ein Wort von denen. Glaub ich. I-Kali oder A-Kali? Äh, A-Kali. Okay, ist jetzt oben. Ich dachte, der war auf Ort. Die krieg ich nicht. Nice! Puschen wir die Mitte bisher. Oh, das ist ja kein Tower. Was ist denn hier los? Ey, den hat die schon längst geholt. Was ist denn so passiert? Ich könnte mir eigentlich nur verwischen sagen, wenn ich jetzt schon rumrenne. Unbedingt. Ja, aber meine Teammates haben ja auch recht gut die Arbeit vielleicht, wenn ich das so überhaupt gehört. Achtung! Die ist wütend, Alter! Die denkt, die killt dich. Hilfe da unten? Nö, klappt. Nee. Achtung, ich glaub da kommt gleich einer runter zu euch. Ja, ich geh warten. Ja, ich komm mal, komm mal dazu. Was schon. Ja, da guck. Kennen kommt. Ach, Kennen! Kennen da auf der Wayne, die? Wayne Kennen! Die Flos runterkommen, das ist mega. The Wayne. The Wayne. Hm. Es sind sogar vier Stück. The Wayne! Dammit! Was. Ich kann mir nicht mehrbahnen, das! Ich hab' mich nicht mehrählt, was. Sie wollen auch noch mal drücken, ich weiß, was. Nicht mehr, da gibt's zu. Ist zu verwirrt, denn wenn die Flasche Spaß durch. Die End leuchtet halt so ein bisschen rötlich, ne? Ja. Verdammt! Ich krieg ihn nicht mehr. Ja, ich hab auch knapp verfehlt. Der Tower steht eigentlich nimmer lange, oder? Nö, der ist den nicht dort. Pusht ihr nochmal dagegen? Ich steh nämlich im Busch. Schöne Sache, Mann. Da kommt Kali. Achtung. Dammit! Schöne Sache, Mann. Schöne Sache, Mann. Ja. Kriegen wir den nächsten auch noch? Nö, das dauert zur Zeit wahrscheinlich nicht. Oh, nicht unbedingt. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich gleich mal angeschützt kommen und so. Hey, pumpst du natürlich. Ja, wenn. Achtung. Ja, deswegen. Max zu beschuben, deswegen geht man gleich besser. Ja. Das ist ne gute Idee. Achtung. Boah, Max. Kennst du das mit Laterne schon? Laterne? Leg mal drauf. WTF? Bestes Tool ever. Okay, das ist geil. Wenn ich ruf Max Laterne, dann musst du nach der Laterne Ausschau halten. Roger that. Dann kannst du den Arsch retten. Roger that. Das ist echt geil. Ah, was kauf ich denn? Hab gut Kohle. Erstmal Zauberstiefel. Oh, man stoppt das Erzengel jetzt mal noch. Zauberstiefel? Ja. Stell die mal vor. Das geht besser, ja. Die heißen Zauberstiefel. Die heißen Zaubererschuhe. Aber ein Zauberstiefel. Ja, natürlich nicht. Mein Gott. Seit wann klar wie ihr alles, was man euch erzählt? Ob nie. Selbst wenn du mal's trefft. Schlapp. Ich glaub, ich geh mal hoch. Kennen könnte man sich schnotzen zusammen. Was ist denn weg? Oh, oh, fuck. Max, das sagt man aber nicht. Ja, sagt man nicht. Ach, der Arthrox, der gibt dem Jemalsmaul. Pass nur hoch. Ach, shit. Lenden den Blitzscheiß drin stehen. Der tut's eh. Ja, ja. Hab's grad gemerkt. Vielleicht hofft sie. Wir werden uns voll frei, ne? Fuck. Ich hab Kali hinter mir. Ach, ah Kali, Mann. Die rallt aber echt nicht, dass ich mich wiederbelebe, oder? Die rallt das nicht. Oh, ich muss weg. Verdammte Axt, verdammte Axt! Ich werd zu dritt gejagt. Nein! Gut. Da haben sie mich gekriegt. Das war schlecht. Ich hab drei Drakes. Geil. Hm. So geht mir richtig genau. I to I to Pair. Was ich denn? Dad, die fangen grad unser Team dahinter an. Aber ist okay. Oh, hi. Du auch hier. Sei ein Idiot, alter. Nice. Hoppt den Turm, habt ihr down. Du sei ein Idiot. Oh, ich bin in diese Sneaky Support. Stehen, pushen, halt sie. Au. Ey, was ey, Follower. Ich fand's gutes Blames. Verdammt! Die Heilung macht das Verbrennen definitiv keine Konkurrenz. Damn! Das Verbrennen, das reduziert auch Heilung. Ach, damn! Es besteht ein gewisser Zusammenhang, warum das keine Konkurrenz hat. Hm. Ja, werde ich jetzt noch kurz wegkommen. Ganz knapp, aber ich werde kommen. Verdammt! Als wenn man sterbe, hier hätt ich mehr Spare können. Da! Naja, wird's Endgame wenigstens ein bisschen interessanter. Ja, die 80 steht doch gar nicht so wild. Oh. Die sind schon viel schlimmer, die hat mir Pekel. Jaaaa. Unsere werden da oben gerade aufgerieben. Jep. Ja, die machen nur so Action in Hürden. Das ist weniger geil, ne? Ich halt mal oben ne kurze Zeit die Stellung. Da kommt Kennen und sagt nein. Verdammt! Ne, der Turm ist down. Wenn der Kerker noch was, dann headdysproom geht. Keine Zeit die aufgerieben. Der Bakte der Giant, da spürt. Bitte? Ne. Wie lang hat die cooldown? 60. Mach das bitte. Ich höre mal unten die Minion Wave, die macht sonst klein in den Turm, ah ne macht sie nett, aber gut. Ken spielt sich mit dem... Wohl so ähnlich wie... Wer war das nochmal? Morgana. Wie bitte? Ken? Morgana? Ja mit seinem Elektrik-Ding da. Na... Ist kein wirklich guter Vergleich. Bei mir ruckelt es gerade, bei euch auch? Ein bisschen. Ein bisschen, also nein. Das ist halt, wenn es ein T-Files richtig zur Rache geht. Eigentlich hab ich gerne ruckler, aber okay. Na doch, mag ich mir schon mal. Ich komme auf der rechten Seite hochgepusht. Alter, der Florian wie abgehe. Hat er alles drin gedrückt. Muss halt chink. Holst du das neue Skinchen für sie mit dem Feuerdachskörpern? Ist eigentlich gar nicht schlicht. Ist nice, ne? Hab ich mir auch schon ruckler. Ich hab mal vorhin jetzt auch von Florian Skin organisiert los. Organisierlos wie das? Ja, der Florian hat nur auch Ride-Points bei sich. Kann man... Wie kommt das? Tja. Ich versuche ein Inhab zu holen mit dem Turm. Hä? An der Tür drin! H. H. D. H. H. D. H. D. H. 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 Halleluja. Boah, war das gerade schlecht von dir. Geht besser, Mann. Oh, Jarvan! Nein! Nein! Warum war er dir ohne mich? Das kann er. Wo denkt der, dass er hingeht? Heilige Scheiße. Das war ein Fest. Korrekt. Boah, ich lieb die Combo. GG. Juhu, Doppel-Explosion. Wenn du Slash-All anbleibst, dann kannst du wieder lösen. Du darfst nicht. Funge-A, Shift-Enter drücken. Ich muss mal noch hingehen und mir Level-Boost kaufen unbedingt. Ja, machst du. Ja. Brauchen hatte können. Ist die Ride-Server so lange zu sabotieren, dass Ride dir irgendwie ein Jahr lang so freien Level-Boost gibt. Genau. Zum Beispiel, wenn du drei Tage halt in-lock-up bist. Naja, dann gäb's so, als mutigst du was. Die Mutter halt uns selber so brutal sabotieren, dass du ein Jahr hast. Äh, warte mal kurz. Ich stoppe kurz den Stream und kaufe mir mal grad so ein Level-Boost. Alla Often